Herzlich Willkommen bei bevini.de. Mein Name ist Adrian Held und ich will heute einen schönen Cosmopolitan für euch zubereiten und zwar mit dem Cremlin Wodka. Legend of Cremlin finde ich einen sehr schönen Wodka. Das heißt wir haben den Cranberry Nectar, wir haben Wodka, wir haben Orangenlikör, das könnte Cointreau sein. In dem Fall habe ich mich für Grand Manier entschieden. Etwas Limettensaft und das war es auch schon. Ein Shaker mit viel Eis. Das heißt dort geben wir jetzt mal 2cl Cranberry. Dann 1cl von unserem Grand Manier. Das wichtigste natürlich der Wodka. Der muss natürlich die Hauptrolle spielen mit 4cl. Und ein Schuss Säure. Das Ganze wird verschlossen und gut geshakt. Das Ganze seien wir jetzt eine schöne Cocktail Schale ab. Wir können das jetzt noch mit einer kleinen Himbeere, das habe ich ganz gerne garnieren. Und etwas Limettenzeste. So und schon haben wir einen wunderbar sommerlichen, frühsommerlichen Drink, den wir uns auf jeder Terrasse schmecken lassen können.